herzlichen willkommen zu einer kleinen Runde Jump League wieder mal Tja ich wollte es ja gestern schon mal probieren mit aufnehmen deswegen kam gestern kein Gaming Video leider aber mitten in der Aufnahme ist Nvidia Shadowplay einfach mal abgeschmiert ich hoffe dass es heute geht bis jetzt ging es ich habe gerade eine Stunde fast getestet nicht einmal und ich hoffe es leckt nicht zu sehr denn ich lade gerade im Hintergrund okay das war ein scheiß Jump im Hintergrund ein Spiel runter was vielleicht Let's Played wird ich will es erstmal anzocken so dann hoffe ich nur dass ich mit der Maus zurück komme meine eigentliche Maus ist nämlich kaputt leider deswegen erstmal schauen die ist ein bisschen sensibler hier kann man zwar DPI auf der Maus schon einstellen aber es bringt ja nicht viel muss ich ja eigentlich lang muss ich hier lang ah ne das war doch ich glaube man muss hier rum irgendwie ganz gefährlich natürlich ah genau hier hoch so jetzt haben wir erstmal das Schwert ohne Angst ist sehr sehr schön so erste geschafft ohne Fehl ich staune oh Leitersprünge ich hasse euch schon immer das schlechte ist eigentlich dass es 1.9 ist gut ich habe das Gefühl dass ich das hier voll verkacke ich bin erstaunlicherweise nicht Letzter also weil das erste Modul nicht schafft äh ist ganz schlecht gut ich muss sagen ich bin auch verdammt schlecht da habe ich diesen Sprung schafft erströmisch ich bin nicht blöd man sich mal jetzt das war erst sehr blöd das habe ich nie gemacht und diesmal klar alles Okay, manchmal klappt der Sprung scheinbar Und da war der erste Leck Und der zweite folgt zugleich Okay, der erste ist bei nicht mal 40% Das ist noch ganz gut Das heißt, ich hab vielleicht noch ein bisschen Zeit Ich hasse Klaas, ich hasse... Oh, dieser Sprung Wow, Hilfe, das leckt Oh ne, dieses Modul Ich erinnere mich Okay, die Frage ist Was macht mehr Schaden? 1,6 Bei 4 und bei 4 Goldschwert sieht besser aus 2 Rüstung bis 2 Rüstung Okay Ich weiß, jetzt kann ich alles einsammeln So, und jetzt versuchen wir es doch gleich nochmal War ich schon immer so schlecht? Okay, es liegt auch ein bisschen an der Maus, aber Ich kann der Maus nicht nur die Sch... Das war gegen Eigenverschwingen Hau ab du blöde Schwert Das leckt aber heute Komm ich hier unten lang? Das war einfach... So, 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 so... Ich glaub bis jetzt ab hier einfach mal eine Zeit drauf war Und wir haben es geschafft Und wir haben es geschafft Ja, ganz klasse Das Einzige, was ich noch nicht weiß, warum in der 1.9 die Lightline so höchstlich sind Schaut ich den Spruch? Wenn ich springe, ja Oh, der ist bei 99, nee, danke Das ist zum... Sehr schlecht Okay Okay Freund, der ist gleich fertig, hat er nie mal ne Chestblade Ja, ich hab kein Pfeil, nützt mir sehr viel Ich hoffe, mit der eine kann ich ein bisschen was machen Jetzt muss ich jetzt mal reden Saftladen Gigi, wir sollen, ja Entschuldigung, besser Äh, das wird... Ich weiß nicht, ob ich mit dem Teil Klickspeeter war Ich glaube, eigentlich ist nie nichts Ja, doch, können wir sehen Ja, Junge, verzaubert das Schwert, ja, auch... Ey, ich hab'n Kompass Mach mir Angst, weil der sieht zu weit So, mir ist was Okay Oh, mir ist nichts Ich will jetzt auch nicht campen, aber vielleicht zu weit sind, deswegen ist auch eine Pfeilung Okay, ich hab'n Kompass Ich hab'n Kompass Okay, ich hab'n Kompass Zeit Heilige Scheiße, ich hab'n Kompass Oh, Scheiße, ich hab'n Kompass Oh, Scheiße, das Lektion Okay, was soll ich da groß ausrichten mit meinem... Ja, Junge, du hast'n Steinschlag, ich weiß, du bist mir nicht so full iron Na, danke Okay, das war echt scheiße Aber falls euch die Runde trotzdem gefallen hat, was ich kaum glaube Dann lasst doch bitte mal eine positive Bewertung da Und falls ihr Lust habt, dass ich demnächst mal wieder eine Runde spiele, zeigts mir doch einfach mal in den Kommentaren und schreibt's auch Bis dahin, viel Spaß